Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Schulungsvideo geht es um den Begriff der Selbstkosten. Was sind die Selbstkosten? Nun zunächst mal die Einordnung. Wie der Begriff schon sagt, Kosten, sind wir in der Kostenrechnung. Und die Kostenrechnung besteht, die klassische Kostenrechnung besteht aus der Kostenartenrechnung, der Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung. In der Kostenartenrechnung geht es um die Frage, welche Kostenarten habe ich denn? Wir sortieren also. In der Kostenstellenrechnung geht es um die Erfassung der Kosten in den Abteilungen und die Ermittlung von Zuschlagsätzen. Wie verhalten sich Gemeinkosten zu Einzelkosten? Und die Kostenträgerrechnung ist schließlich die Frage, was kostet das Produkt? Und damit sind wir bei den Selbstkosten. Der Begriff Selbstkosten gehört also in die Kostenträgerrechnung. Was sind die Selbstkosten? Es beginnt mit den Materialeinzelkosten. Hinzu kommen die Materialgemeinkosten und das insgesamt sind die Materialkosten. Dann kommen die Fertigungseinzelkosten, das sind die Fertigungslöhne, die Fertigungsgemeinkosten und die Sondereinzelkosten der Fertigung. Sondereinzelkosten sind immer Kosten, die sind pro Auftrag zurechenbar. Nicht pro Produkt, aber pro Auftrag zurechenbar. Hier könnte es sich um ein Spezialwerkzeug handeln zum Beispiel, wenn es das gibt. Das muss es nicht immer geben. Das insgesamt sind die Fertigungskosten. Material- und Fertigungskosten zusammen sind die Herstellkosten. Bitte aufpassen. Herstelle, nicht Herstellungskosten. Herstellkosten. Hinzu kommen plus Verwaltungsgemeinkosten plus Vertriebsgemeinkosten plus Sondereinzelkosten des Vertriebs. Das ist zum Beispiel eine Spezialverpackung. Und wenn ich jetzt hier noch Platz hätte, würde ich hier eine Linie drunter ziehen. So mache ich das hier daneben. Das insgesamt sind die Selbstkosten. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie mal unter www.spaßlerndenk.de. Vielen Dank. Alles Gute.